Als fünftes Unternehmen in Südtirol haben wir, die PRGmbH, alle Stufen des Audits Familie und Beruf erfolgreich absolviert. Dieses Audit ist ein Management-Instrument, weil es eine nachhaltige, familienorientierte Personalpolitik im Betrieb fördert und dadurch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert. Ein Weg, der mit einem 17-seitigen Massnahmenkatalog begonnen hat, wurde nun nach neun Jahren mit der höchsten Stufe des Zertifikats des Audit Familie und Beruf gekrönt. Der mehrstufige Auditierungsprozess wird von der Familienagentur des Landes und der Handelskammer Bozen begleitet.